Die größte Verärgerung wird heute durch die rund acht Polizisten im Plenarsaal verursacht, die an den Ermittlungen beteiligt sind. Während der gesamten Sitzung werden die Telefone ausgeschaltet, die Leute sprechen laut miteinander, und jedes Mal, wenn eine Frage an den Verdächtigen gestellt wird, sagen sie die Antwort dafür. Anna Kortenk